Hey ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einem schnellen Get Ready With Me. Ich mache mich jetzt gerade fertig fürs Kinderland. Ich dachte, ich benutze den hier trotzdem mal als Primer. Ich benutze eine leichte Foundation und zwar benutze ich die Fresh & Fit Awake Makeup. Ich mag das total gerne. Ich finde, es hinterlässt ein leichtes Finish und ich habe nicht das Gefühl, ich hoffe, ich saue mich jetzt nicht ein, das Gefühl, dass irgendwie so komisch einfach sitzt. Das verteile ich jetzt erstmal mit so einem fluffigen Pinsel. Ich hoffe, das klappt auch mit der Foundation, damit ich nicht so viel auf dem Gesicht habe. Es ist nämlich relativ schwül, soll heute aber regnen. Deswegen haben wir uns fürs Kinderland entschieden. Das ist eigentlich, wie gesagt, wirklich so mein Go-To-Look, aber ich möchte noch eine andere, also meine Foundation-Routine, so eine Art wie Go-To, einfach wenn es schnell gehen muss. Wenn es mal schnell gehen muss, dann benutze ich auch ein Concealer. Den brauche ich auf jeden Fall. Der ist nämlich so gut wie Bam Bam. Ich glaube, ich gucke mir auf jeden Fall diesen It Cosmetics Pinsel an. Ich finde es auch toll, dass er zwei Seiten hat. Und ich habe sowas von, sag ich mal, von Eblima gehabt, mit so zwei Seiten, aber Foundation-Pinsel fand ich jetzt nicht so gut. Also es war so ein flacher Foundation-Pinsel. Ich finde, das ist eine Art wie Airbrush mit dieser Foundation von Essence. Es ist wirklich für kleines Geld so eine tolle Foundation. Kann ich euch absolut ins Herz legen. Gerade für so einen Sommer. Es liegt nicht auf... Also man sieht nicht, dass man Foundation trägt, finde ich. Es sieht ganz, ganz leicht aus. Und ich habe endlich mal wieder Nasen-Piercing und auch Schmuck dran. Ich habe so viel Schmuck und trage es nicht so schön. Ja. Es ist auch so heiß. Mir ist gerade so heiß. Heiß, 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 heiß. Dann möchte ich aus meiner NYX-Palette, die ich ja so liebe, nicht. Immer noch diese zwei Farben benutzen. Dieses Gelb und Weiß. Das mische ich immer zusammen und trage mir das mal unter die Augen auf. So, dass ich es creasen kann. Und verteile mir das auch ins Gesicht. Die ist relativ pudrig geworden. Also ich glaube schon, dass sich irgendwann nach... Die Konsistenz verändert, dass es halt nicht mehr so schön ist wie am Anfang. Ich habe es mal gefeiert. Jetzt eher weniger. Und dann hat man auch so eine Puderschicht, sage ich mal, auf dem Gesicht. Mein Update heute ist nämlich, glaube ich, ja genau, heute ist der 20. Eigentlich ist mein Update heute dran. Mal gucken, ob ich es heute Abend schaffe. Wenn nicht, dann kommt es halt ein paar Tage verzögert. Ich muss nochmal da Dörte schreiben, ob es jetzt weitergeht oder wie oder was. Genau, dann trage ich mal Bronzer auf. Das benutze ich jetzt auch hiervon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Unreinheiten von dieser Palette bekommen, weil ich bekomme sie meistens da, wo ich halt eben Bronzer auftrage. Und auch auf der anderen Seite. Also so, ja. Und das ist ja eigentlich seit Wochen meine Palette, die ich benutze. Wirklich seit Wochen. Also seit drei Monaten, jeden Tag. Und es tut sich einfach nicht viel. Die fällt nur auseinander, aber nicht wirklich was am Ton. Aber ich finde, ohne Bronzer geht gar nichts. Also, ja. Genau, dann feiere ich auch diesen Blush, seitdem ich ihn benutzt habe. Der ist von Catrice. Und zwar ist es die 020, ein Flamingo in San Domingo. Okay. Ich finde, es ist halt einfach ein schönes Orange. So, dann ziehe ich mal schnell die Augenbrauen nach. Und dann hole ich euch ein bisschen näher dazu, damit wir einfach die Augenpartie zusammen machen können. Und zwar habe ich mir ausgesucht, möchte ich einen etwas neutraleren Look heute machen mit der Marc Jacobs Palette, die ich bestimmt schon seit über einem Monat seit über einem Monat daheim habe, noch nicht angerührt, nicht mal geswatcht. Und zwar ist es Skandalöst. Skandalöst oder Skandalast? Weiß ich nicht. Das sind wunderschöne Farben. Kleiner Spiegel. Es gerechtfertigt trotzdem nicht den Preis, finde ich. Es fühlt sich zwar hochwertig an, aber ja. Wir kommen einfach gleich zum Farben. So, wir kommen zum Palettchen. Ich habe auch den Reesy Highlighter jetzt mal ausgepackt. Wir können den auch zusammen jetzt mal auftragen. Ich bin ganz gespannt. Ich habe ihn noch nicht auf den Wangen getragen. Oh, Schande über meinem Haupt. Wie wunderschön kann bitte ein Highlighter sein. Ich könnte weinen. Ich könnte weinen. Ich kann weinen. Ich kann weinen. Schaut mal. Der verschmilzt ja mit der Haut. Ich meine, okay, 50 Euro sind halt 50 Euro. Aber wie schön. Also da kann man doch weinen für 50 Euro. Kriegt man noch Heulsuse gratis. Wirklich wunderschön. Gefällt mir so, so gut. Dass er eine sehr, sehr schlechte Laune heute hat. Ich weiß nicht, was heute mit ihm los ist. Ich benutze hier erstmal den zweiten Ton aus der Palette. Das ist so ein beige Ton, würde ich sagen. Boah, diese Highlighter. Ich könnte hier ab, ne? Dann nehme ich einen kleineren Künfer. Ich trage das hier auf. Ich mache für dich die Tür zu. So. Seht ihr das? Ich liebe es einfach, wenn Palettchen arbeiten, also selber mitarbeiten und ich sie nicht zu arg aufbauen muss. Klar ist es sinnvoll, wenn man gerade anfängt. Aber wenn man High-Quality, einfach die High-End-Qualität auch kennt, dann ist es sehr, sehr schwierig mit Drogerie manchmal zu arbeiten. Obwohl Drogerie ist nicht schlecht. Aber wenn man dann eben die Pigmentierung aufbauen muss, unendlich, dann ist es halt, ja. Es ist eine schöne, neutrale, berige Palette, würde ich sagen. Also man kriegt auch auf jeden Fall einen tollen Look hin. Und ich bin so fasziniert über mein Highlight. Wer den noch kriegen kann, abdiposcht. Also ich glaube, ich habe selten so was Schönes, was so schön sich mit den ganzen Geschichten unten drunter verblenden ließ. Da geht mir einfach einer ab. Das muss man schon ehrlich sagen, ne. Ich habe jetzt wenig saubere Pinsel, um ehrlich zu euch zu sein. Ich muss mal gucken, was da noch übrig bleibt. Und ich trage mir den Highlighter jetzt auch mal hier auf. Einfach wunderschön. Ich würde gerne eben so einen kleinen Pinsel nehmen und da einfach in dieses dunkle, oh, 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 in dieses dunkle Lila gehen. Und so ein bisschen. Ich bin jetzt leider auch noch am schwitzen. Ich will halt eben versuchen, man muss aufpassen, sag ich mal, mit dieser Palette. Sie bröselt sonst, sonst verliert man zu viel Produkt unnötig. Also ich versuche immer das Pigment aufzutragen, was ich aufgewirbelt habe, um so sparsam wie möglich mit der Palette zu sein. Ich denke niemals, dass ich sie auch brauche, aber man weiß ja nie. So. Okay, bitte, ja? Ja. Also so finde ich es schon gar nicht mal so schlecht, aber vielleicht könnt ihr sehen, das spaltet sich in der Lidfalte. Ich möchte jetzt mal versuchen, einen Champagnerton hier aufzutragen, und zwar diesen hier. Das ist so ein, ja, eher so ein rosé-gehender Champagnerton. Ich trage mir den hellen noch auf. Ich benutze noch einen kleinen fluffigen Pinsel, oder ja, das sind die alten Ebelin-Dinger, die fand ich echt gut. Und trage mir den dunklen lilanen noch mal in der Lidfalte auf. Einfach, dass es sich so verblendet. Und wisst ihr, was ich meine? Punktuell auftragen und dann noch mal, ähm, ja, so verblenden, dass alles so ein bisschen einheitlich aussieht. Ich finde diese Palette wunderschön. Ich freue mich auch auf diesen Cranberry-Ton. Aber ich wollte doch heute etwas dezenter sein. Dann benutze ich einen kleinen Pinsel und trage mir das dunkle Lila auch mal hier unten auf. Dann fege ich mir mal alles weg. Und guck mal, was ich noch so korrigieren könnte. Ich benutze dann immer noch mal so einen fluffigen Pinsel und mit gar keinem Produkt. Oder mit den hellsten, was ich benutzt habe. So, dann im Innenwinkel. Im Innenwinkel trage ich mir dieses wunderschöne, helle... Nein, es ist nicht heiß. Gib mal her. Ein bisschen, ein bisschen. Wir gehen doch gar nicht raus. Wir sind im Kinderland drinnen. Es ist aber so mehr ganz heiß. Dann trank ich mir noch einen Lidstrich auf. Ich könnte mir den Champagner auch hier... Ich liebe meinen Highlighter. Ich liebe meinen Highlighter. Und das sieht alles so ein bisschen erwachsen einfach aus. Wisst ihr, was ich meine? Das sieht alles, ja, wie gesagt, erwachsen aus und gar nicht so... Ich teste ein neues Produkt aus. Ich finde die Palette bisher nicht schlecht, muss ich sagen. Aber ich denke nicht, dass über 50 Euro es einfach wert ist für eine Mini-Palette, ja. Es ist schick, ja, wenn man es mitnimmt und es sieht toll aus. Aber es ist gerechtfertigt, nicht? Von Alverde trage ich mir Hibiskus auf. Versteht sich, dass es ein Lip Liner ist? So, das fülle ich aus mit einem Lippenstift und zwar die 140. Das ist mein absoluter Favorit. Das gibt so ein bisschen Ombre Lips und sieht ganz nett aus. Was wir auch machen könnten, ist eigentlich statt einen Lidstrich eigentlich irgendwas so Dunkles. Genau, das werde ich auch machen. Ich benutze heute gar keinen Lidstrich. Ich benutze einen Pinsel. Und gehe in die Marc Jacobs Palette nochmal rein. Und benutze einfach den dunkleren Ton hier. Und trage den mit meinem Pinsel auf. Sprühe meinen Pinsel an. Das ist mein Fixierungszeug, der Halle. Wie ich mein Leben manchmal verfluche. Improvisieren. Ich benutze Aquaspray von Essence. Äh, von Ballet. Ich meine ich. Und tupfe mir das nur so auf. Dann zieh dir doch was an, Schatz. Also ganz, ganz vorsichtig, weil, ähm. Es sieht, denke ich, ein bisschen schöner aus, wenn das nicht so. Also, die Palette habe ich ja gebraucht gekauft. Von daher gerechtfertigt sich der Preis. Ich glaube, ich habe 17 Euro oder so gezahlt. Also zusammen vielleicht 20. Ich weiß nicht mehr. Okay. Für den Preis ja. Für den anderen nicht. Genau, so. Ich denke, so ist es in Ordnung. Ich, immer wenn mir hier was runterfällt, äh, nehme ich das einfach mit meinem Finger wieder mit hoch. Damit, seht ihr, dass es so hochgeliftet ist. Ich finde es besser, weil bei vielen Frauen fällt es mir auch auf, dass der Lidstrich ein bisschen so runterhängt. Und passiert mir auch, ja. Aber es, ähm, sieht dann einfach nicht so schön aus, wie ich finde. Dann benutze ich Mascara. Die von Essence Grad, die finde ich echt nicht schlecht. Also, die macht echt tolle Wimpern. Also, ich finde, seht ihr das? Die, es, es liftet dann nochmal. Wir haben jetzt insgesamt 17 Minuten gebraucht. Ist es in Ordnung für so einen Look? Ich denke, das ist immer so mein Alltagsding. Ja, ich helfe dir gleich, okay? Du hast ja immer noch keine Hose an. So, Mama? Ja, traurig. Und ich finde es echt schön. Also, der Look gefällt mir wirklich gut. Ich helfe dir gleich, wenn ich hier fertig bin, Schatz. Mach langsam, dann kriegst du es auch nicht. So. Oh, Nikolai, du vielleicht selber. Ich rieche nicht, Schatz. Vielleicht ist er. Oh, oh. Das war keine gute Idee. Ich träge es. So. Ich denke, das ist in Ordnung. Okay, ich habe es mal wieder voll verkackt hier mit meinem Spray, was mir öfters mal passiert. Aber gut. Gibt schon immer was im Leben. Am besten Mascara ist dann abmachen. Wenn das schon getrocknet ist, dann kann man es einfach wegrubbeln, ohne dass man irgendwas großartig davon abnimmt. Und ich verabschiede mich. Ich finde den Look toll. Ich freue mich, dass ich die Palette habe. Aber 50 Euro gerechtfertigen den Preis nicht. Essens kriegt es auch hin. Und das sind einfach Nude-Töne. Einfach ein lila-stichiges Nude. Schön bärige Lippen. Und ready bin ich. Passt jetzt mal nicht dazu. Aber gut. Habe ich auch auf den Fuß nie gelangt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal. Und schreibt mal, ob ihr eine Marc Jacobs Palette habt. Oder ihr sagt, ne, ist mir einfach zu teuer. Das würde mich interessieren. Ciao.